Ist diese Tasche schwer, Alice? Nicht sehr. Hier, stell sie auf den Stuhl. Was ist drin? Ein Stück Käse, ein Laib Brot, ein Stück Seife, eine Tafel Schokolade, eine Flasche Milch, ein Pfund Zucker, ein Halbpfund Kaffee, ein Viertelpfund Tee und eine Schachtel Tabak. Ist diese Schachtel Tabak für mich? Die ist gewiss nicht für mich.